die lavendel in der französischen englischen und italienischen küche ist lavendel als gewürz häufig zu finden die getrockneten oder frischen blüten werden ganz einfach über deftige gerichte oder salate gestreut einige getrocknete blüten in der normalen rührkuchenteig mit puderzucker und lavendelblüten verzieren und schon hat man einen ausgefallenen lavendelkuchen auch weiter verbreitet zu lavendelsalz lavendelzucker lavendelöl oder ätherisches lavendelöl ist bestandteil der aromaküche der lavendel dem rosmarin ähnlich ist lohnt sich ein versuch ihn in bestehenden rezepten durch lavendel zu ersetzen so lassen sich gerne neue geschmacks erlebnisse entdecken auch wenn es nicht immer mit den anderen gewürzen harmonisiert haben sie schon einmal mit lavendel gewürzt vielleicht schon denn er ist ein bestandteil der gewürzmischung ja auch herbes der provenz eine wundervolle gewürzmischung für mediterrane gerichte viel freude beim ausprobieren